Seid gegrüßt, Fürst Daigo. Wer vom Weg der Götter abkommt, wird zum Dämon. Also ich heiße Dororo. Dororo. Was ist es? Es scheint zumindest kein Mensch zu sein. Wenn ihr nun diesen Schritt geht, so werden euch am Ende die Hölle und all ihre Gestalten willkommen heißen. Sag mal, dein Gesicht und deine Augen und Ohren sind doch nicht echt, oder? Wir werden auch nicht ein wenig berühmt. Wir werden doch nicht in der Vergangenheit. Ich nehme ein wenig berühmt, aber wie wenn ihr das ist, are wir jetzt hier und ein bisschen zu sehen, gehen auf den Weg. Vielen Dank.